äh 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 polizei auch so hm hoppala nichts passiert hoppala hoppala nichts passiert hoppala nichts passiert und jetzt aussteigen ok stecken wir halt dort was nun? was machen wir jetzt? wir müssen jetzt weiter fahren oder? müssen wir weiter fahren? ich glaube schon ok ich bin schon da mhm es hält irgendwas in 500 Metern an ja 500 getroffen getroffen es ist ein raudi auf der überholtspur ha? ein raudi auf der überholtspur ne ich mein da ne nicht nicht oder die treppe rauf kann ich mir nicht vorstellen ich glaube es kommt noch nicht mehr raus das ist ne ohne nach !' Der wird mir da unten angezeigt. Also da mal zurück, würde ich sagen. Der wird mir irgendwo hinten angezeigt. Muss man, glaube ich, hier hoch fahren. Und hier hin? Zurück? Hallo, Zombie. So. Boom. Vielleicht da rauf? Mhm. Mal schauen. Sieht gut aus. Sieht gut aus, gell? Mhm. Ist nicht fest. Der ist so hell. Ja, wir sind gleich da, glaube ich. Wir sind da. Wir fahren zu der Lifeguard Tower, wenn etwas vor dem Auto rief. John hat die Kontrolle und wir riefen. Er ist noch da, in der Auto befestigt. Du musst mir helfen, ihn rauszukommen. Na gut. Wo? Weil geh hier. Wir müssen auch rein, oder was? Mhm. Wir müssen hier folgen. Okay. Komm. 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 Noben. Da? Ja. Ja? Ja, du? Jetzt wird's zum, zum Unfallauto. hier auch noch und glaube ich um die stelle und das war so das ist abgeschlossen was denn ich kann den koffer raum sich nehmen verbrech halten und das war schon was das ging fix was würden jetzt nehmen was ist das erhöht du kannst länger wütend bleiben verringert die ausdauerkosten von scharfen waffen erhöht den schaden wenn du feind von hinten mit nahkampf waffen was ist ein nahkampf waffen? ein brecheisen? aber das geht aber nicht weißt du auf wie viele punkte hat denn das? was ist denn das? was? verringert crash strafe beim sterben ausdauer töten erzeugt ausdauer plus 10 ach nehmert das mal noch was? ach ist er noch was nehmert das da jetzt zurück und der ist schon wieder in nevada lach mich nicht aus lach mich nicht aus lach mich nicht aus was für mich am besten ist oder? ja na eben man sieht es und jetzt wird man zurück äh anderen punkt oder was? oder was machst du? ja dann bin ich eingesperrt ja dann bin ich eingesperrt ja dann bin ich eingesperrt mhm 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 kooperativ kooperativ jetzt müssen wir jetzt mal die hauptquests machen ok 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 immer wieder gern mhm ja schreiten du schon wieder keine ahnung warte mal wo gehren wir denn jetzt hin warte mal wo gehren wir denn jetzt hin die 400 mhm ne du fährst weiter weg nö doch mhm 461 463 50 oder was meinst du? was meinst du? aua bum eingeparkt mhm was ist denn das? was hat tanz? schalte a aus äh was heißt schalte a aus? ne schalte a aus schalte b aus hä? willst du hin? ich hab keine ahnung oder ob es denn im nirvana rum wieso bist du bei mir 700 meter entfernt? wieso bist du bei mir 700 meter entfernt? keine ahnung bist du gestorben? nein ich lebe noch nee ich glaub du bist gestorben nein bist du bei mir bin ich gestorben Ich renne da noch immer herum? Wo bist du? Ja, bei mir bist du auch du noch mit entfernt. Was? Bei mir bist du auch du noch mit entfernt. Wo bist du? Ach Gott. Äh, da? Wo bist du? Wo bist du? Er ist schön und hübscher. Wie geht die schnelle Reise? Mit B, glaube ich. Nee. Das habe ich schon wieder gemacht. Das ist nicht schnell. Du bist gestorben. Nein, ich lebe. Das war nicht so. A, der sie aufhören, klingt jetzt nicht mehr. Guck mal, was ich gerne machen kann. Na, kann ich doch nicht mehr nehmen? Äh. Guck mal, was ich nicht mehr tun kann? Ich will die Richtung klarer. So. So. Ich komm für dir. Mein Stil. Wenn ich nicht zu viel... Naah. 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 Gott. Oh mein Gott. ... ... ... ... ... ... Rufenaufstieg. Haben wir durch den Tunnel gefahren? Schnell. Oder nicht? Ja, geht weiter geradeaus. Geradeaus. Mhm, ist richtig. Dunkel? Mhm. Nee. Jetzt bist du falsch gefahren. Was? Jetzt bist du falsch gefahren. Du musst links. Du musst zurück. Oh Gott, komm ich ja hin.